Heute habe ich mal kein Wirtschaftsbuch im engeren Sinne, aber eines, das glaube ich für Entscheiderinnen und Entscheider sehr wichtig ist, nämlich Frisch im Kopf, flippiger Titel, es geht um Neurobiologie und Dr. Martin Korte ist Neurobiologe, ist Professor und hat sehr gekonnt aufgeschrieben, wie ich finde, was die digitale Reizüberflutung mit uns macht. Prof. Korte springt durchs Privatleben, aber natürlich auch durchs Arbeitsleben, chatten natürlich die digitalen Meetings, diese ständige Erreichbarkeit, die vielen Stunden vor digitalen Endgeräten, was tut das mit unserem Kopf? Kann man sagen, das habe ich so ungefähr schon mal gelesen, aber ich muss schon sagen, das ist neu, da gibt es auch viele neue Erkenntnisse der Gehirnforschung in den letzten Jahren. Er sagt auch sehr ehrlich, was wir noch nicht wissen und deswegen finde ich eine sehr lohnenswerte Lektüre. Leserinnen und Leser lernen durch die Lektüre dieses ungefähr 300, 350 Seiten dicken Buches, naja, schon worauf sie achten müssen. Also man hat nicht die fünf Tipps, die kommen auch ein Stück weit drin vor, aber jetzt nicht in der Tiefe und Ausführlichkeit, dass man sagt, das verändert mein Leben sofort, ich muss es nur wissen, aber diese permanente Erinnerung zu haben, was das, woran wir uns so gewöhnt haben, eigentlich wirklich mit uns macht, das ist, finde ich, schon alleine sehr lohnenswert. Aber ich glaube, man hat auch für die Diskussion mit seinen Kindern vielleicht, mit Teenagern, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, doch sehr viele gute Argumente an die Hand bekommen, wenn man dieses Buch gelesen hat. Eine Schwäche des Buches ist, dass so ein bisschen die finale Ableitung fehlt. Also was als Führungskraft kann ich jetzt wirklich für mich tun in meinem Arbeitsleben, aber auch im Umgang mit Kolleginnen und Kollegen, damit wir mental gesünder bleiben. Das ist so schon drin, aber ich finde, da hätte es ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen können. Da merkt man natürlich, dass dieses Buch in erster Linie nicht für Führungskräfte geschrieben ist, sondern für den normalen Leserinnen, für den breiten Markt. Vielleicht braucht es da mal was Spezifisches, ja, für Entscheiderinnen und Entscheider, die Menschen auch anleiten sollen. Das ist so drin, aber es ist so drin.